Ja und somit ein recht herzliches Willkommen aus Finnland, WRC 8, am Start Tag Nummer 3. So, der eine andere Tag ist schon wieder vergangen hier, seit der letzten Aufnahme, deswegen schauen wir nochmal kurz rein, zwei Sekunden hinter Dänek, perfekt. So, was haben wir da, 19, ähm, ich riskiere es mit dem Weichen, Asphalt, da haben wir eine kleine wieder, ok, Special und dann wieder eine 17er, naja, wobei, haben wir nicht letztens mit dem harten Reifen, ich überlege gerade mal. Ja, 19, puh, könnte ins Gelbe gehen, ja, hier in Finnland haben wir nicht so die Probleme gehabt, aber keine 20, ne, das probieren wir, das riskieren wir so jetzt. So, das ist jetzt, ach, ich weiß schon was, das ist, glaube ich, ist nur die Frage, ob wir die hier von außen wieder fahren, ja, kommt, die ist super Special, haben wir gesagt. Alter, der hat einen Heckflügel. Werden wir von außen, glaube ich, probieren. Let's go, dass für jeden, was dabei ist. Dass wir einmal das Auto von außen sehen hier. Scharf, innen halten, bremsen für scharf rechts, macht auf, nicht schneiden, 40 über Schotter. Hier bei der Super Special hier optimal. Rechts, rechts, links voll, bremsen. In rechts, drei, überkuppeln. Und links, drei, kurz. Und rechts, vier, innen halten. Und Abzweig, links, drei, 120. Rechts, vier, nicht schneiden, macht auf, mittel, 30. Rechts, vier, kurz, in links, drei, kurz. Bei Abzweig, 80. Scharf, links, breiter, über Asphalt, nicht schneiden, 70. Achtung, rechts halten, Verengung, nach Abzweig, in links, zwei, nicht schneiden, 80. Rechts, zwei, kurz, in links, eins, mittel, in scharf rechts, nicht schneiden, 50. Schikane rechts, Verengung bei Abzweig, 100, links halten. Gefahr, scharf, bremsen, für Schikane rechts, 30. Also, geiler Stage hier. Oh, Abzweig, war das weich. Ah, das ist jetzt wieder von außen, ein bisschen schwierig. Aber passt. Aber passt so. Passt schon, ja, ja. So, weiter geht's. Oh, doch, Nacht. Ei, 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 ich hoffe, es ist nicht ganz so Nacht, dass man zumindest das Lenkrad sehen will. Aber ja, schaut fast so aus. Ja, schön, vorne noch die Beschädigung vom Einschlag, aber das war fast unmöglich von außen. Ah, das ist doch sehr finster, leider. 20, links, vier, über Kuppe macht auf, in links, voll, Sprung. Und links, vier, über Kuppe, lang. In rechts, fünf, kurz, über Kuppe und links, voll. Für Kuppe in rechts, fünf, lang, macht zu, vier, kurz, 30. Links, vier. Und rechts, vier, innen halten, sehr lang, über Kuppe, 30. Links, fünf, halten, in rechts, vier, macht zu, über Kuppe. In links, fünf, kurz, 30. Rechts, vier, halten, in großer Sprung, über Kuppe, 100. Achtung, links, vier, scharf bremsen, macht zu, zwei. Nicht schneiden, 100. Ja, wo ist, wo ist, wo ist, hallo? Links, fünf, halten, in Kuppe, Sprung, 30. Rechts, vier, macht zu, über Kuppe und links, fünf, innen halten, macht zu, über Kuppe, 80. Rechts, vier, sehr lang, macht zu, in Sprung, über Kuppe. Und links, vier, macht auf, 50. Rechts, voll, über Kuppe, Sprung, 50. Sprung, vielleicht, 30. Und rechts, fünf, macht zu, kurz, und Kuppe, 30. In rechts, fünf, über Kuppe, großer Sprung, macht auf. Und links, voll, macht zu, fünf, 50. Und links, vier, über Bodenwellen, in Kuppe, Sprung. Links, vier, kurz, innen halten, und rechts, voll, und Achtung, 40. Rechts, drei, kurz, über Kuppe, 30. Achtung, rechts, vier, kurz, uneben, über Kuppe, 200. Links, vier, kurz, über Kuppe, 50. Über Kuppe, rechts, fünf, halten, in links, voll, lang, macht zu, drei, nicht schneiden. Für Kuppe, in rechts, sechs, halten, in links, fünf, kurz. Und rechts, drei, macht auf, lang. Und rechts, fünf, kurz. Und Sprung, über Kuppe, 60. Achtung, rechts, drei, macht zu, 80. Links, halten, über Kuppe, in rechts, vier, kurz. Und links, sechs, kurz, 30. Kuppe, mittig, halten, über Sprung, in links, voll, 50. Rechts, fünf, uneben, über Kuppe, in links, fünf, macht zu, lang, und macht auf, 30. Achtung, scharf, bremsen, für links, drei, macht zu, scharf, links, nicht schneiden. In rechts, voll, über Kuppe, 30. Links, fünf, über Kuppe, 70. Links, vier, kurz, 100. Sprung, über Kuppe, in rechts, voll, macht zu, fünf, innen, halten, 30. Rechts, drei, macht zu, innen, halten, über Kuppe, 30. Und links, vier, über Kuppe, lang, macht auf, innen, halten, bei Abzweig. In links, drei, über Kuppe, sprung vielleicht. Und rechts, fünf, uneben, macht auf, lang, 150. Links, vier, über Kuppe, macht auf. Rechts, fünf, mittig, halten, über Kuppe, sprung. Links, fünf, über Kuppe, innen, halten, in rechts, fünf, innen, halten, über Kuppe. Links, fünf, macht zu, sehr lang, über Kuppe. In rechts, vier, kurz, in links, fünf, übersprung. In rechts, fünf, über Kuppe, mittig, halten, macht zu, vier, 30. Links, vier, kurz, übersprung vielleicht. In rechts, vier, kurz, nicht schneiden. Und rechts, fünf, über Kuppe, sprung. Und rechts, vier, kurz, und rechts, vier, übersprung, rechts, halten. In rechts, vier, kurz, über Kuppe, innen, halten. Und links, fünf, rechts, halten, über Kuppe, in links, fünf. Und rechts, fünf, kurz, in links, vier, macht zu, über Kuppe, lang, innen, halten. In sprung, 80. Gefahr, rechts, drei, lang, macht zu, sprung, über Kuppe, innen, halten. Und links, vier, lang, mittig, halten, über Kuppe. In links, vier, mittig, halten, über Kuppe. Und links, drei, kurz, in rechts, vier, über Kuppe, innen, halten, Verengung. In links, vier, macht auf, kurz. In rechts, vier, kurz, und links, fünf, kurz, 80. Sprung, über Kuppe, in rechts, fünf, macht zu, vier, kurz. Und links, vier, kurz, über Bodenwelle, in rechts, vier, über Kuppe, macht zu, drei, innen, halten. Und rechts, drei, kurz, über Kuppe, 80. Rechts, vier, kurz, über Kuppe, halten, in links, vier, nicht schneiden, in rechts, 4, 30. Links, drei, kurz, innen, halten, und rechts, fünf, über Kuppe, macht zu, vier, lang. Und Knoten, für Kuppe, in links, vier, innen, halten, macht zu. Für Sprung, über Kuppe, in links, vier, macht zu, drei, lang. Und rechts, vier, lang, macht zu, über Kuppe. Und links, fünf, links, halten, über Sprung. In rechts, vier, in links, drei, für rechts, drei, kurz, fels, innen, 30. Und Sprung, über Kuppe, in links, drei, macht auf, lang. Und links, fünf, über Kuppe, halten, in rechts, drei. Links, vier, sehr lang, macht zu, drei, haus, außen. In rechts, vier, lang, über Kuppe, 30. Und Achtung, bremsen, rechts, fünf, kurz, über Kuppe. In links, drei, kurz, nicht schneiden, und rechts, vier, kurz, nicht schneiden, 80. Rechts, drei, macht zu, innen, halten, über Kuppe. Und links, drei, lang, über Kuppe, innen, halten. Und rechts, sechs, nicht schneiden, 30. Und links, sechs, Sprung, über Kuppe, Achtung, mittig, halten, 200, uneben. Sprung, 50, rechts, sechs, lang. Und rechts, fünf, sehr lang, macht auf. Alter, schwerer Nebel sieht da überhaupt nichts. Sprung, innen, halten, in rechts, sechs, in links, voll, Achtung, mittig, halten. In großer Sprung, 40. In links, fünf, in rechts, vier, über Boden, wellen. Geil. Einmal gibst beim Scheiß Sprung Gas, das ist wirklich unglaublich. Und schon landest du im Dreiergolf. Jeder Sprung wird abgebremst, jeder. Sprung, über Kuppe, mittig, halten, für rechts, 50. Und rechts, drei, 30. Links, vier, kurz, macht auf, lang, über Kuppe, Sprung. Und rechts, fünf, macht zu, halten, in Sprung, über Kuppe, 30. Na, hoffentlich haben wir uns die kleineren Problemchen nicht für eins gekostet. Und links, fünf, über Kuppe, lang, innen, halten. Achtung, bremsen, für scharf, rechts, in links, voll, macht zu. Einmal eine Haarnadel, auch lustig. In rechts, fünf, macht zu, drei, über Kuppe, und links, drei, lang, macht zu, über Kuppe. In Gefahr, rechts, fünf, macht zu, drei, über Kuppe, nicht schneiden. In links, zwei, breiter, 30. Links, voll, zum Ziel. Ja, ein paar kritische Stellen. Ja, das hat uns jetzt in der Ding hier P1 gekostet. Aber ich glaube, insgesamt sollte es sich so ausgehen. Ja, die extra Punkte haben wir hergeschenkt mit ein paar kleinere Fehler. Da waren unnötig natürlich, muss man sagen. Ja, Sprung habe ich gemacht. Ja, beim Sprung habe ich geglaubt, ich kann wirklich einmal... Nein, es geht nicht. Nein, es hilft nichts. Es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht, Freunde. Und um 0,4 gewinnen wir. Alter Schwede. Noch eins, ein kleiner Fehler, und das hätte uns komplett wieder alles gekostet. Also den Sieg zumindest. Puh. Knapp vor Deineck. Das ist natürlich... Ja, puh. Diesmal Glück gehabt, muss man sagen. Ja, alle drei Marken, oder? Ford, Toyota, Hyundai, Citroën. So soll es sein. Na, wo ich eh diese Saison... Nicht dabei, bei der Spitze, muss man so sagen. Drei Punkte nur statt fünf, aber die Gesamtwertung war wichtiger. Und mit 189 Punkten sind wir tatsächlich dran an Deineck und Neville. Hätte ich mir nie gedacht. Hätte ich mir nie gedacht. So nach den ersten drei Tagen und so. Haben wir doch wieder... Gut aufgeholt und von Ogier hier abgesetzt. Löw auch leider sehr schwach. Ogier... Für meine Begriffe auch zu schwach unterwegs. Keine einzige Rallye noch gewonnen hier. Naja. Gut. Tja, das läuft ja besser als befürchtet. Eigentlich jetzt unterm Strich gesehen. Ja, verwendet er in der nächsten... Ja, nein. Die harten Reffen, ja. Das war in dem Fall nicht möglich. Das war in dem Fall nicht möglich. Alter, wir schreiten uns da alles. Citroën. Glückwunsch. Nächste Rallye. Nächste Rallye. Bezahlen. Bezahlen. Die Crew. Was genau... Achso, da ist es. Ah, Rekrutierung. Ah, warte mal. Was haben wir? Ein Finanzdirektor. Haben wir jetzt dabei am Start? Ich glaube, das reicht. Okay, das ist nicht rüber, hallo? Also sind... Was? Wot? Na jetzt... Ja, brauchen wir keinen... Warte mal... Mechaniker oder Agent... Brauchen wir da irgendwas? Boah, da war mir alter Schwede. Mechaniker oder? Nein, war auch nix. Meteorologen. Hätten wir einen gebraucht vielleicht? Egal. Wir haben genug Kohle. Aber was? Wo ist jetzt noch immer ein Rufzeichen? Ich check's nicht. Hm. Crewmitglied und Vorteile verwalten. Na ja, gut. So. Ähm. Wo sind wir da jetzt wieder? Ja, nice. Deutschland Rally kommt. Und jetzt sehr geil. Oh, dann Türkei. Und Wales. Oh, 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 oh. Beide, was ich gar nicht mag, ehrlich gesagt. Aber Deutschland Rally wird geil. Hersteller-Testlauf. Toyota. War da nicht irgendwas, dass wir dann direkt wechseln oder was? Nein, das wollen wir natürlich auch nicht. So, wunderbar, wunderbar. Jo. Sehr schön, Freunde. Haben sich alle schön erholt. Nicht so wirklich, oder? Warte mal, wo sind wir? Da sind wir schon. Deutschland. Oder Erholung. Nö, hier sind wir. Fine. Erholung. Erholung. ErHolt euch noch einmal. So, dann schauen wir nochmal da runter. Kalender. Erholt haben sich alle. Ja, perfekt. Deutschland Rally am Start. Was ist hier? Ziele. Halten Sie 6 Wochen über 20 Boah Boah, lass uns mal Gut, dann darf ich mich Recht herzlich bedanken, das war's aus Finnland Sehr geile Rallye, gefällt mir sehr gut Ist mir sehr sympathisch, schnelle Rallye Sehr gut, sehr spannend Vor allem Ich glaub voriges Jahr mit Citroën Waren wir da ein bisschen überlegen Kann das sein? Bin mir nicht 100%ig sicher, aber ich glaub Gut Das war's, auf jeden Fall sehr spannend mit dem Ford hier Die WM, das ist einmal Ich glaub wir haben keine Chance, aber Jetzt kommen wir wieder ran Aber gut, das kann sich jetzt schnell mit den nächsten zwei Rallys auch wieder ändern Aber ich glaub Deutschland sollte man auch vorne dabei sein Glaub ich Sieg, ja müssen wir schauen Aber Top 3 Müsste schon drin sein, glaub ich Vor allem schon drauf, Deutschland Rallye Asphalt, sehr gut, Türkei wird sicher Schwierig werden, da müssen wir wieder sehr Konstant einfach unterwegs sein Und schauen, das Maximum rausholen Was geht Und hoffen, dass nicht irgendeine Etappe Oder so verpackt ist Zu unseren Ungunsten natürlich Dann wird schwierig Ja, in diesem Sinne Danke fürs Zuschauen Das war's Und ja, voraussichtlich wird's nächste Woche weitergehen Termine wären bei mir WRC-mäßig am Mittwoch und am Freitag nächste Woche Und den dritten Tag, ja müssen wir auch irgendwie hinkriegen Äh, ja Dann sag ich nochmal, danke liberale Freunde fürs Zuschauen Das war's aus Finnland Und ich hoffe ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei Wenn's in Deutschland auf dem Asphalt wieder losgeht Bis dann, Freunde Schönes Wochenende, schöne Tage Bis dorthin Ciao, ciao Ciao